Reviersport präsentiert Hi, mein Name ist Leon Goretzka und viel Spaß bei So ist Fußball. Oh Mann, ey. Das darf doch echt nie wahr sein. Das ist der Tiefpunkt. Das Ende. Wo haben wir denn hier gelanget? Bochumer. Arme Schweine. Ach nee. Drei Zecken aus Liedenscheidt-Nord. Mitten in der Bochumer Ruhemetropole doch. Was heißt das nochmal für heute? Vermutlich früher Leistungsfußball? Ja. Oder verarmt, faul und langsam. Lass mal stecken, Junge. Der BV hat da auch nichts drauf, oder? Pass mal auf, mein Freund. Achtmal deutscher Meister, viermal Pokalsieger, ne? Wohl mal. Was ist, wenn man im Gedinger arbeitet? Oder heißt das? Ich weiß nicht. Ja, das ist, wenn man im Akkord arbeitet. Akkord ist, wenn man richtig reinhaut. Merkst du den, ne? Ja. Hast du gemerkt? Ja. Wenn ich dir das nächste Mal frage, musst du das wissen. Ja. So ist Fußballstadion-Tour. Die WM steht vor der Tür. Der DFB baut für Millionen von Euro ein Camp in Brasilien. Aber wir wissen, dass unsere Nachbarn etwas günstiger lösen. Sag mal, was habe ich vergessen? Erster deutscher Europapokalsieger 1966. Champions-League-Gewinner 1997. Weltcup-Sieger 1997. Champions-League-Finale 2013. Zuschauerzahl 80.645. Ausverkauft. So sieht's aus, mein Freund. Ehrlich ist das Fußballspielen. Es lässt, es lässt uns keine Ruhe. Der Spieler muss den Besten spielen. Ja, wenn er kann. Sonst sitzt im Netz ruckzuck der Lederball. Ich stehe gar nicht mit der Legende Manni Karls. Und es hat mal früher gesagt, dass sie so der Schweiger sind und so. Sondern irgendwann mal auch gesagt haben, ich rede schon, aber nur, wenn mir der Gesprächspartner gefällt. Aber heute kein Problem, ne? Da ist was Wahres dran. Der Spieler muss den Besten spielen, ja wenn er kann, sonst sitzt im Netz ruckzuck der Lederball. Und was ist in eurer Vitrine? Ein altes Fiegelglas. Jetzt pass du mal auf. Ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Und ich zeig dir mal was. Na? Kannst du das auch? VfL, Verein für Leibesügerungen, verstehst du? Äh, normal. Ritschi, was ist ein Gezähl? Ein Zähler. Bei euch wäre das ein Ball, das ist Werkzeug. Euer Gezähl ist der Ball. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Merkste, nächstes Mal wird Arbeit geschrieben. Und haben wir ein Tor geschossen Und alles jubelt, alles lacht Das waren die kleinen flinken Stürmer vom VfL Mit ihrer blau und weißen Tracht Das waren die kleinen flinken Stürmer vom VfL Mit ihrer blau und weißen Tracht 15,9 Tata, wir brauchen noch was Ach, ey Leute Fangen wir gleich harmlos an mit dem legendären Zitat von ihrem Kollegen Horst Rubisch Manni Bananenflanke, ich Kopf, Tor Legendär das Zitat, ne? Für Rubisch ja, für mich nicht Nach einer durchwachsenen Saison bekommt man in diesem Teil Bochums sehr komische Fragen gestellt Jetzt pass einmal auf Für die neue Saison Da benötige ich einen ganz besonderen Spieler Ich könnte ja jeden haben, das weißt du Ich könnte den Spieler nehmen oder den Was weiß ich, einen filigranen oder einen breiten Vielleicht benötigt man ja auch mal einen Terrier Aber Du brauchst einen Spieler Der zu dir passt Mit Stil Mit Charakter, Stesse Den musst du dann aufbauen Hegen Hegen Und pflegen Streicheln Auch was Geld reinstecken sollen Man will unterhalten werden Jetzt pass einmal auf Folgenden Spiele hab ich kennengelernt Und hab mich sofort verliebt Was den? Was mit dem Vogel denn? Der braucht doch kein Mensch Wann haben wir noch aufzureden? Wenn wir uns zu besprechen haben Dann hältst du Die Schnauze Ist das klar? Mando So 17,13 bitte Also das Recht immer noch nicht Okay Leute, jetzt macht doch mal fertig hier, ehrlich Oh Mann, 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 Mann Mann, Mann Mann, Mann Und? 18,48 bitte Dann werden wir bei euch gewinnen Singen kannst du ja, kannst du auch tanzen? Ja, sicher kann ich tanzen Tanzen mal ab Na, 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 na Sie haben mal einen Satz über Ihren Trainer Sebeck gesagt Wenn wir jedes Mal nicht trainiert hätten, wenn Herr Sebeck gerade mal voll war Dann wären wir im letzten Jahr so gut wie nie zur Arbeit gekommen Stimmt das eigentlich? Der Satz ist totaler Blödsinn Der kann nicht von mir kommen Na, 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 na Danke, dass Sie heute so viel gesagt haben Bis bald Dann pass auf Ich bestelle also Diesen Spieler bei dir Jetzt sofort Und ich will Dass dieser Mann Morgen für uns bereitgestellt wird Und morgen früh Gewaschen Gekämmt Rasiert Und guter Laune So wie topfit Eine Geschäftsstelle auf uns wartet Ist das machbar? Na ja, klar Das ist kein Problem Den Spieler, den besorge ich dir Denni, was ist ein Frosch? Und so ein Tier? Ja, Tier Im Weltbau ein Tier So kleine Tiere, die im Weltbau umlaufen Das ist eine alte, offene Öllampe Nächste mal Wird er zum Thema So stelle ich denn die Frage Was hätte ich Für diesen Spieler Zu investieren? Na ja, also Für den Spieler Ich sag mal 25 Mit sauberem Papier Und nochmal 15 Das wären dann Summa summarum 40 40 inklu Inklu Ist das okay? Das ist ein Wort So wollte ich die hören Prost! Lass der Katzen Stummel sto'n Stummel sto'n Stummel sto'n Stummel sto'n Lass der Katzen Mietz Katz go'n Mietz Katz go'n Mietz Katz Mietz Katz Mietz Katz